Es ist die Superbowl-Nacht und die Ingolstadt-Dukes haben ins Mo eingeladen, zum gemeinsamen Fernsehgucken. Rund 150 Gäste haben sich durch den Schnee gekämpft, um dabei zu sein. Denn American Football ist aktuell extrem angesagt. Es gibt Überlegungen oder auch Zahlen darüber, die ich jetzt gerade auch erstmal rausgefunden habe. 60,2 Millionen Bürger kennen wirklich American Football. Und wir in Ingolstadt erleben das, seitdem wir auch unseren Store eröffnet haben, ganz vehement. Also es ist richtig Rambazamba im Augenblick im Haus der Ingolstadt-Dukes. Und ein neuer Mann soll für noch mehr Rambazamba sorgen. Der neue Quarterback, Trey Stewart III., kommt direkt aus Dallas zum Public Viewing. Ich habe wirklich noch nichts gesehen. Das ist mein erstes Mal in dieser Stadt, aber sie ist wunderschön. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist nicht vergleichbar mit Dallas, wo ich herkomme. Was für ein Einstieg in die Saison. Der Superbowl mit den L.A. Rams gegen die New England Patriots. Das ist in erster Linie der Kampfjungen gegen Alt. Die L.A. Rams spielen mit einem 24-jährigen Newcomer namens Goff. Während die Patriots den 41-jährigen, fünfmaligen Superbowl-Sieger Tom Brady haben. Meine Philosophie ist, du kannst nicht gegen Tom Brady wetten. Als New England die Saison angefangen haben, sah es nicht gut aus. Aber sie haben ihre Division und die Playoffs gewonnen. Jetzt im Superbowl geht es gegen einen jungen Quarterback. Ich vertraue auf die Erfahrung. Tom Brady wird es machen. Was der Mann geleistet hat, das muss man auch mal anerkennen. Er ist nicht die einfachste Figur im American Football. Er zieht unwahrscheinlich die negativen Dinge auf sich und hält sie von seinem Team weg. Und das ist im Endeffekt, das macht einen Leader aus. Und deshalb ist Tom Brady für mich ein absoluter Leader. Und deshalb mag ich ihn auch so. Es ist ein außergewöhnlicher Superbowl. Beide Teams machen Fehler und es gibt ungewöhnlich wenig Punkte für ein Football-Spiel. Am Ende setzt sich Erfahrung durch und Tom Brady bekommt seinen sechsten Titel. Das Highlight der NFL-Saison ist vorüber. Wer jetzt aber nicht bis zum Saisonstart im September auf Football verzichten will, dem seien die Dukes ans Herz gelegt. Bei denen geht es schon im April wieder richtig los. Also wir fangen mit einem Trainings-Scrimmage an am 13. April. Haben dann unsere erste heiße Bewährungsprobe am 20. April gegen Potsdam. Und bevor es dann 14 Tage später direkt gegen den deutschen Meister geht. Dukes annimmt. Dukesarett. Dukes Holl Garage